Mein Name ist Karin Doppelbauer. Ich komme ursprünglich aus Oberösterreich, bin dann mit dem Studium nach Wien gegangen, lebe jetzt auch in Wien bzw. pendle zwischen Wien und Oberösterreich. Von der Ausbildung her bin ich Agrarökonomin. Ich habe in Wien, in Vancouver und in Chicago studiert und habe danach sehr viele Jahre im Marketing gearbeitet. Jetzt bin ich schon seit einiger Zeit bei einem amerikanischen Computerhersteller und leite dort den Bereich Operations für Südosteuropa, für Russland, für den Nahen Osten und für Afrika. Das sind insgesamt 103 Länder mit einer Budgetverantwortung von 3,6 Milliarden Euro. Zusätzlich habe ich vor circa zwei Jahren den Bauernhof von meinen Eltern übernommen in Oberösterreich und den auf biologische Wirtschaftsweise umgestellt. Das bringt mich jetzt zu meinen politischen Kernthemen, nachdem ich mich ein bisschen vorgestellt habe. Und das ist wahrscheinlich nicht überraschenderweise die Wirtschafts- und die Finanzpolitik. So durfte ich bei NEOS mitarbeiten als Taskforceleiterin Finanzen, um das Transparenzstudio zu erstellen. Und habe weiters auch noch ein Anliegen, das mir persönlich sehr am Herzen liegt. Das ist nämlich auch die Landwirtschaftspolitik und die Entwicklung im ländlichen Raum. Das sind zwar keine Kernthemen jetzt von NEOS direkt, aber wir haben einen Kernwert definiert, das ist die Nachhaltigkeit. Und unter diesem Kernwert, unter diesem Dach der Nachhaltigkeit würde ich diese Themen gerne weiter vorantreiben. Ich habe es mir gut überlegt, ob ich antreten will für den Nationalrat. Ich habe mich dafür entschieden und würde mich freuen, wenn Sie mich unterstützen würden. Herzlichen Dank. Vielen Dank.